Ähm... Ja... Oh, du willst mir damit sagen, jetzt guck dir doch mal die Gleise genauer an, Dennis. Vielleicht findest du da ja was. Oh, da oben ist auch noch irgendjemand. Oh, der Ticketautomat! Ha, guck mal, da liegt was, da liegt was, da liegt was, da liegt was! Uiuiuiuiuiui! Das heißt, der Strom war abgestellt. Und? Alter Penny! Kannst du mich verarschen. Okay, dann muss ich das da oben wohl einsetzen. Ja, sauber! Ja, toll. Wir können wieder zurückgehen. Zum anderen Gleis... äh... Warngleis. Aber krass, das hat schon richtig Adventure-Unlined-Level hier, find ich, ne? Schalte den Strom ein, damit die Geld-Rückgabe des einen Automaten dir dem Penny auch wiedergibt. Bla, bla, bla. Und damit kommst du dann oben... Ah, weiter. Hilfe, mach das nicht. Ich mag meine Jupe nicht. So, okay, okay, ganz ruhig. Ich bin guter Dinge. Warme Dinger. Sehr schön. Brrrrrrrr... Nur für den Fall der Fälle, ne? Mann, da weiß ich ja nie, was da kommt, eh. Döb, döb, döb. Döb, döb, döb. Schubidup. Hier, herrein. Okay, der eine Hund ist auf jeden Fall schon mal tot. Das weiß ich schon mal. Hups. Hups. Kann die eigentlich auch so geil schießen, während sie dann ihre Hechtrolle macht. Ja, geil. Schulterbock gebrochen. Komplett. So, Hunde hab ich kaputt gemacht, ne? Ich bin mir relativ sicher. Ich nehm Frotzenwürdigwaffe nochmal in die Hand. Fünf Fall der Fälle. Nein, Hund ist tot. Okay. Hier, ist auch so ein Raum, ne? Den, den krieg ich vielleicht bestimmt vielleicht irgendwie nicht geöffnet. So, okay. Der Aufstieg war auf jeden Fall nicht allzu schwer. Meine ich zumindest. Und sagt der Taube auch gleich zehn. Kann ich doch schön baden gehen. Da freu ich mich schon drauf. Ich mag baden. Oh Gott. Ach ja, fucker. Geht hier oben nicht? Wie ich das öfter schon feststellen musste und durfte. Ah, komm. Dreh dich. Komm, drehen, drehen, drehen. Und rückwärts. Rück. Drehen. Rückwärts. Ja. Ja. Dankeschön. Habe ich da jemanden gesehen? Siehst du, da ist doch was. Ich sehe es doch ganz genau. Jod. So. Vorsichtig lenken, lenken, lenken. Und zack. Hervorragend. Natürlich kommen die Ratten jetzt nicht hier angeschissen, ne? Hol sie raus. Ratten kommen niemals alleine. Alter Penny. Was? Warum nicht? Ich dachte, ich könnte, also ja. Ich weiß doch gar nicht, was ich will. Gut. Dann gehen wir, glaube ich, nochmal zurück ins Foyer. Ich glaube, ihr wisst, wo ich meine, ne? Da ist Wasser, ne? Da muss Wasser sein. Danke. Das ist so traurig alles. Hier ist die Tür. Guck. Aber die hat sich nicht geöffnet. Okay. Da ist also die Scheißtür gewesen. Weil die Schlüssel habe ich eingesetzt. Ja. Oh. Oh. Scheiße. Mann. Ich hoffe, dass es auch so funktioniert. Weil klar, vielleicht sind jetzt auch die Ticketautomaten wieder mit Strom versorgt. Und jetzt kann ich damit vielleicht auch interagieren. Kann den Penny da reinschmeißen. Aber warum kriege ich ein Ticket für den Penny? Daran kann der wohl nicht liegen, oder? Ich war mir so sicher. Ich war mir so sicher. Ich war mir echt so sicher. Es tut so weh. Oh Gott. Scheiß Station. Gibt es hier auch wirklich? Natürlich gibt es hier auch frei. Überhaupt so blöd. Ich glaube, Cordy war aus England, ne? Ach, Sack. Hier, da vorne zum Beispiel, ne? Kann ich mit euch interagieren? Nein. Mit euch geht es zum Beispiel schon mal nicht. Dann seid ihr wohl doch nur Mülleimer. Ich habe gedacht, da kommt ein Gegner. Das war ich selbst. Da bin ich sogar ein bisschen erschrocken. Ne, ich kann damit nicht agieren. Warum nicht? Was soll denn der Scheiß, Mann? Echt, ey. Dass er irgendwie anders erleuchtet ist, oder sowas. Oder gar nicht erleuchtet wie der zum Beispiel. Damit geht's! Jetzt halte ich doch jetzt echt für ein Gerücht, oder? Was ist das denn für ein Schwachfug? Tut mir leid. Aber sowas von, ne? Oder soll das einfach keine Beläuchung sein? Es soll Glas sein. Ich kann's... Da ist auch Glas, ja? Ja, klar. Wie ist ja auch üblich, ne? Na. Habe ich jetzt ein Ticket. Ja. Dankeschön. Meine Güte. Und nochmal, weil es so schön war. Blab, 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 blab. Hey. Ja, gut, okay. Ich hätte eigentlich drauf... Aber andererseits hätte ich auch nicht drauf kommen müssen, weil für einen Penny ein Ticket zu bekommen, ne? Was ist ein Penny? Das ist ein Pfennig. So gesehen, ne? Aber vielleicht gibt's da so ein Zusatzticket, dass man irgendwann upgraden kann, egal wie viel man da reinwirft. Das wäre eigentlich eine voll gute Idee. Wie bei den Briefmarken so ein bisschen. Gibt ja auch immer so 2-Cent-Briefmarken und so. Okay. Aber es hätte dann zur Folge, dass die Automaten auch wirklich jedes Geldstück lesen müssten. Diese Stelle hasse ich wirklich. Ich mag die wirklich überhaupt nicht. Ich weiß, die ist so störrisch. Also krabbeln mit Lara ist eh kacke. Ne? Jetzt gehe ich wieder nach links. Pass auf, pass auf. Und werdet ihr, die möchte jetzt nicht rückwärts fahren? Sie wehrt sich einfach so ein bisschen dagegen auch. Nein, okay. Diesmal, diesmal ist die gehörig. Wie es sich für eine Frau auch gehört. Deswegen heißt es ja auch gehörig, ne? So. Hüpp. Ich bin mal lieber von oben, oder? Ach, wir können aber eigentlich direkt da dran springen, oder? Können es zumindest mal versuchen. Die Rollenbo! Oh Gott. Wenn das nicht funktioniert hätte. Ich habe wirklich länger nicht mehr gespeichert. Ich müsste den ganzen Scheiß oben auch noch machen. Dann hätte ich jetzt mit aller höchster Wahrscheinlichkeit auch aufgehört. Mit der Prämisse aber, dass ich das nächste Mal ein bisschen weiterkommen könnte. Jetzt aber. Bitte, bitte mach mich glücklich. Ja. Ach Gott. Dankeschön. Warum brennst du denn hier? Wer war das? Die Gegner, die hier sind auf jeden Fall aber in Ordnung. Und die gibt mir auch noch einen Medipack. Sehr nett von dir. Komplett neuer Bereich, ne? Wäre interesting. Jetzt auch nochmal ohne. Ich glaube, ich glaube erst mal oben, oder? Okay. Tut mir leid, ich habe kein Ticket. Natürlich komme ich da nicht rein. Mein Fehler. Ist einfach mal nichts, ne? Kann das sein? Möchtest du das nicht kaputt schießen? Das ist doch nur ein Schloss, oder bin ich blöd? Also von vorhin geschossen, so sieht das aus. Aha. Huh! Okay. Alles klar. Damit habe ich nicht gerechnet. Gebe ich zu. Ich habe es einfach mal probiert. Das ist ja mal geil. Aber sicherlich muss ich dann auch dahin, ne? Ein Geheimnis. Was finde ich hier? Bisher ist ja noch nichts, ne? Da bin ich blind, da liegt doch nichts, oder? Ah, ah, okay. Guck mal da oben. Mhm. 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 Das ist jetzt hier alles noch ein Geheimnis, ne? Oder? Ach, Leute. Das ist auf jeden Fall ein Speyerkristall, oder Wasser. Quatsch, quietsch. Ah! Das ist der, äh, Kristall, wo ich gesagt habe, ah, da kommen wir doch bestimmt irgendwann nochmal hin. Aber dafür habe ich doch jetzt nicht das, äh, das Sternensymbol geholt, dafür ein Speicherkristall, oder? Ich speichere es auf jeden Fall definitiv direkt mal ab, weil wer weiß, was noch kommt, ne? Aber ich komme den Weg auch wieder zurück, ne? Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das nur für den Speicherkristall war, oder? Finde ich irgendwie ein bisschen mau. So mit dem Feuer und alles, ne? Was schlimm ist, ich komme nicht wieder hoch. Ich muss den Weg nochmal gehen. Ich meine, der ist jetzt ja nicht so, so horrend gewesen, aber trotzdem, trotzdem lang genug, damit es nervig ist. Was das Schlimme ist, jetzt muss ich erstmal wieder überlegen, wie komme ich, wie kam ich überhaupt nochmal dahin? Bin ich von hier aus schon an die Kante gesprungen? Sieht wohl so aus, ne? Tatsächlich. Los! Gewinnt den Arsch! Supp! Und hopp! Achso. Stimmt. Stibimmt ja. Und hopp! Sehr schön. Oh, hängig. Mein Kaffee wird voll kalt. Oh. Hab ich total verjessen. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ist mir ohne Scheiß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nur deswegen da reingegangen bin, oder? Das macht ja gar keinen Sinn. Schön und gut, Speicherkristall, aber das kann es ja nicht gewesen sein. Da muss es doch noch was Tolleres geben. Larenkroft-Action-Figur oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich hab dafür extra ein Symbol für investiert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Tut mir leid. Beim besten Willen nicht. Warum? Wer hat da Feuer überhaupt gemacht? Könnte ich das irgendwie aus? Abschießen? Nee, geht nicht. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt mal den anderen Weg hinlang. Ähm... Ja, komm, geht der Hardrun vorbei. Boi. So, von da kamen wir her. Dann gehen wir jetzt noch mal da lang. Runter zum Gleis. Ja, guck mal, hier ist noch mal was. Ich werd wahnsinnig. Könnte mich was. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Wenn ich jetzt noch wüsste, welche Tür das gewesen ist, ne? Dann, äh... Dann wär ich glücklich. Ich bin glücklich. Okay. Bäääääää, Kamera. Mach keinen Scheiß. Ah, noch ein Medipack wahrscheinlich. Da ein Durchgang, da ein Loch. Wir nehmen erstmal den Durchgang, würde ich sagen. Achso, das ist nur so eine Gleisübersicht, so wie es aussieht. Mit einem Gang nach unten. Ist das der Bereich, den ich vermute? Nein. Hä?